Aber eben diese schon angesprochenen, komplizierteren Brainteaser, wie windest du dich raus aus irgendwelchen gekünstelt erzeugten Situationen für diese Frage, die bringen dir weder was auf der fachlichen Ebene, und jetzt hängst du dich davon ab, für was du hirst, also stellst du einen gerade für Führungskraft oder halt eben nur für Mitarbeiter, nur für Mitarbeiter, das klingt, also wo ein fachlicher Input in deiner täglichen Arbeit drinnen steckt, dann musst du auch andere Sachen noch prüfen. Ich meine, es wäre schon gut, auch zu checken, kann diese Person diese Arbeit verrichten, für die du sie einstellst, was auch schwierig ist. Also gerade im IT-Umfeld haben sich da viele Ideen herausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob die alle gut sind. Also es gibt zum Beispiel, dass du halt den Leuten eine Arbeit schickst, die sie erledigen sollen. Also nennen sie ein erweitertes Rätsel oder so, oder einfach eine Aufgabe. Also du musst halt eine kleine Stückchen von Aufgabe lösen und das halt entweder vor versammelter Mannschaft oder du hast allein zwei Tage Zeit, um das sozusagen zu lösen. Und dann schickst du es wieder zurück. Oder machst du eben direkt vor Ort, halt je nachdem, ja. Und das hat halt seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite weißt du halt, ja, okay, er hat dieses und jenes theoretisch gekonnt. Wenn du das irgendwie vor Ort machst, erzeugt das die ärgste Prüfungssituation, wo manche Leute sehr glücklich sind, dass sie endlich nicht mehr in komischen Uni, Schule, was auch immer, Prüfungssituationen sind, die super Arbeit machen. Aber wenn du daneben stehst und sagst, und, 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 bist du fertig, bist du fertig, dann halt vielleicht nicht so ihre Leistung abrufen können, was für 99 Prozent der normalen Tätigkeiten vollkommen in Ordnung ist. Und es gibt halt ein paar Jobs, wo halt irgendwie diese Art von Feuerwehreinsätze, wo unter hohem Druck, sei es jetzt seitlich oder, oder, weiß nicht, von der Geschäftsleitung oder was auch immer, heraus oder vom Kunden halt irgendwie Druck aufgebaut wird und wo man dann halt auch eben resistent gegen diesen Druck sein muss. Aber in vielen, vielen anderen Aspekten das überhaupt nicht notwendig ist und du testest dann etwas oder probierst über etwas in Erfahrung zu kommen, was halt für diesen Job, für diese Person null Auswirkung hat.